In diesem Video werden wir lernen, wie Sie und drucken Barcode-Etiketten zu erstellen, mit Rpo Barcode Labelmarker Software. Hier haben wir 2D-Barcode mit PDF417 Schrift erzeugt. In Rpo Software, wählen Sie Barcode-Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode Wert. Sie können auch Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen. Sie können Einstellungen für die Schriftart ändern. Klicken Sie auf Druck-Option, Druckeinstellungen ändern, wie pro Ihren Drucker. Geben Druckbefehl. Hier Ihre Barcode-Etiketten gedruckt werden. Etiketten sind sofort einsatzbereit. Danke.